Hallo zusammen, ich habe hier eine Tiefkühltruhe von Liebherr, steht bei mir hier auf dem Werkbank und ich muss euch sagen, hallo, hallo, der Kühlschrank brennt. Das ist eine Einstechzange, hier kann man ins Rohr einstechen und das ist ein modernes, technisches Wunderwerk, hier kann ich ein Feuer machen. Hier kann ich auf diesen Stutzen gehen und hier einstechen und das Feuerzeug hier hinhalten. Ihr seht, hurra, hurra, das Feuer brennt. Das soll es gewesen sein, das Kältemittel, was hier drin ist, brennt und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich kann auch mal anzünden, aber sonst wird es hier schon ziemlich warm und auch im Gesicht. Das ist brennbares Kältemittel. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einmal noch mal ein paarρο Untertitelung des ZDF, 2020